Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es ums hierarchische Reinforcement Learning. Und ja, kleines Beispiel am Anfang, warum wir das brauchen, warum wir das unbedingt haben wollen. Einfach mal das Beispiel, ein Roboter soll aus Raum A, äh, von Raum A aus etwas aus Raum B holen und wieder zurück bringen. Das ist definitiv nicht einfach, denn er müsste jetzt erstmal folgendes machen. Wir starten in Raum A. So, hier muss er jetzt erstmal die Türe finden, das heißt er probiert sich hier einfach mal komplett durch. So, dann hat er die Türe gefunden, geht hier durch und dann fängt er hier an zu suchen. Und jedes Mal, wenn er hier jetzt weiter sucht, also zum Beispiel er probiert die Räume aus, er geht erstmal hier rein, dann geht er hier rein, dann geht er hier rein. Und jedes Mal müsste er wieder von Neuem die Türe suchen, wenn er erst am Ende hier zum Beispiel, wenn er das hier holt, wenn er dann die Belohnung kriegt. Das heißt, das ist nicht so geil. Wir wollen ihm also Unterbelohnungen sozusagen geben. Wir wollen ihm eine Belohnung dafür geben, dass er die Türe findet. Denn diese Aufgabe kann man wiederverwenden. Wenn wir hier drin sind, dann ist die Aufgabe Türe finden in etwa ziemlich genau dasselbe. Und die Aufgabe Türe öffnen sogar aktuell genau dasselbe. Das heißt, wir können hier verschiedene Aktionen stapeln. Also wir können nicht nur eine Aktion benutzen, wie zum Beispiel vorwärts gehen, rückwärts gehen, rechts gehen, seitwärts gehen oder sonst irgendwas. Sondern wir können die Aktion zur Türe gehen erschaffen aus Unteraktionen. Und deswegen hierarchisches Reinforcement Learning. Was wir benutzen, sind sogenannte Options. Die Dinger nennen sich einfach nur Options. Oh, was machst du denn schon wieder? Komm schon. Okay. Also Options O. Und zwar sind die gleich erstmal I, P und B. Vielleicht nicht ganz die besten Namen, aber ja, so sind sie halt irgendwie definiert worden. Okay. Was bedeutet jetzt dieses I, P und B? Und wenn ich das jetzt mal kleiner gezogen kriegen würde, dann würde es mich auch nicht so aufregen. So. Okay. Options O sind jeweils aus einer Menge aus Zuständen, in denen wir O starten können. Also überhaupt starten können. Dann die, kleines Beispiel dazu. Wir sind in Raum A drin. Zum Beispiel hier. Und jetzt wollen wir die Aktion starten. Navigiere durch den Flur zu Raum B. Na ja gut, wenn er navigiert durch den Flur zu Raum B, dann wäre das, äh, äh, äh. Er würde einfach nicht durch die Wand hier durchkommen und permanent gegen diese Wand fahren. Das wäre ein bisschen schlechter Zustand, wo wir hier diese Option starten können. Wohingegen die Option Tür finden, macht hier durchaus Sinn. Da finden wir dann hier einfach die Türe. Und danach können wir die Option starten, dass er durch den Flur navigiert und so weiter und so fort. Okay. Also das sind die Zustände, wo es Sinn macht oder wo wir diese Option starten können. Dann P ist nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern die Policy. Also, dass wir von einem Zustand eine Aktion ausführen. Das ist im Prinzip genau dasselbe wie jedes Mal beim Reinforcement Learning. Das hatten wir uns auch schon so oft erst mal angeguckt. Ähm, wir hatten hier tatsächlich dann einfach Zustand ist. Ich bin gerade mitten im Raum A und Aktion ist, laufe runter, 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 runter. Okay. Also eigentlich nicht so sonderlich schwer. Gut. Und B ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Option in dem aktuellen Zustand beendet wird. Also quasi auch von dem Zustand abhängig. B von S. P ist im Prinzip auch von dem Zustand abhängig. Das liefert uns eine Aktion, das liefert uns sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt gleich fertig sind mit unserer Option und danach eine andere machen müssen. Wenn wir uns das nochmal als Vergleich mit den Aktionen angucken, die wir bisher immer gemacht hatten. Also runter, 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 rechts, links und so weiter. Arme ausstrecken, Türe öffnen, Klinke drücken. Das wären alles stinknormale Aktionen. Hier haben wir jetzt mehr als nur eine Aktion. Hier haben wir einfach eine Menge von Aktionen. Also zeitlich gesehen einfach mehr als eine Aktion gebündelt. Ja und dadurch haben wir sozusagen neue Überaktionen erstellt. Und diese Überaktionen, die können jetzt kompakt ausgeführt werden. Genau. Problem ist natürlich, dass unsere Lernpolicy oder unsere Lernstrategie aktuell noch nicht sowas unterstützt, dass wir mehr als eine Aktion machen können. Deswegen passen wir die ein bisschen an. So, das hier wäre unsere Formel dafür. Wir wollen also unsere Q-Funktion ein bisschen neu definieren. Wir sagen natürlich wieder der Reward von dem aktuellen Zustand und der aktuellen Aktionen wird drauf addiert. Logisch. Plus und dann fangen wir an. Oh, das sollte natürlich hier kein Oder sein, sondern ein Strich. Jetzt aber. Okay. Und dann fangen wir an zu iterieren über eine gewisse Anzahl an Zeiten. Wie jedes Mal eigentlich auch. Unser Diskontierungsfaktor hoch die Zeit, mit der wir jetzt das machen. Kennt ihr alles aus dem letzten Mal. Unsere Rewards werden immer weniger wert. So, und dann haben wir hier die Wahrscheinlichkeit, zum Zeitpunkt T überzugehen von unserem Zustand S' in unseren Zustand S' von unserem aktuellen Zustand mit der Aktion, die wir machen. Das heißt, wir sind in dem aktuellen Zustand S, wir machen Aktion A und das gibt uns hier diese Wahrscheinlichkeit, S in diesen Zustand S', also in einen anderen Zustand überzugehen. Natürlich auch gegeben der jeweiligen Zeit. Das heißt, wir sind jeweils auch irgendwie fix, wenn wir sagen, okay, wir brauchen 10 Schritte, um an die Türe zu kommen. Dann brauchen wir 10 Schritte, um an die Türe zu kommen. Fertig. Gut, und dann maximieren wir mal wieder über alle Zustände, die wir so machen könnten und alle Aktionen, die wir danach machen könnten. Das kennt ihr ja alles, das ist im Prinzip gleich geblieben. Jetzt ist nur der Unterschied, dass wir auch mehr als einen Zustand, mehr als einen Zeit sozusagen, also einen Zeitschritt in dem aktuellen Zustand verbleiben können. Das heißt, wenn wir hier die Wahrscheinlichkeit einfach auf 0 setzen, dann bleiben wir einfach in dem aktuellen Zustand und bekommen den aktuellen Reward einfach wieder. So sieht es in etwa aus. Okay, das ist im Prinzip der ganze Trick dahinter. Nächstes Mal schauen wir uns an, wie man das Ganze hier reichlich dann noch super aufbaut. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, like nicht vergessen, subscribe sowieso nicht und alles andere auch nicht. Okay, wir hören uns. Ciao.